Hier sitzen. Können Sie ihn da? Ja, da ist schon ziemlich dabei bei dem Hans. Recht, gut. Hallo. Schau, Felix, das macht ein Foto. Ja, ich mach ein Film. Felix macht ein Film. Wenn du vor dem Haus stehst, links. Und ein bisschen hinter euch, das kannst du hinter dem Haus vergessen. Also das Badmutsche. Stellt dir die Wäschmaschee so schräg und dick? Weißt du nur, da... Es war aber so aufgezeichnet auf dem Boden. Ja, so aufgezeichnet, ja. Pass auch, wenn man reinkommt. Ich glaube, dein Tier versichst es. Schau, links ist die Wäschmaschee. Ja, links. Aber ist die so verdreht drin? Die Milch bin ich. Ja, die kannst du gerade nachstellen. Ja, kann. Aber so... Man ist, wenn sie jetzt noch mal wurde. Da kommt er, die Leerbhörler... Wir gehen auf die Toilette und dann schlug. Und es kleink hart an den psychischen Eglasen, das ist schnade und schnade. Alina ist in Amerika. Alina ist in Amerika. Alina ist in Amerika. Alina ist in Amerika. Da haben sie viel Schnee und Opa muss schippen. Also nochmal geschickt. aber es muss sich die Lagerkarte abgestimmt ein Jahr der 3 der Alt-Lager in der 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 Lagerkarte in der in der in der in der Stadt schippen müssen die Leute die nicht schippen konnten wo es um 6 und die Stürmer machen im Bese durch hat doch eine Treppenhau und Straßen wenn ihr von Gebet ist schiebt Strasse bei Oma Mutmann bis zum 80 nicht um 9 geschickt haben ja ein Weg zum Laufen Schmarrn-Ramon bis noch nix weil da alle... Ach, die sitzen noch grad wenn sie vor uns nicht verschlussgemacht, oder? Es ist also kein Schnee Achso, ja, aber mal Schnee geht da Die sind am Donnerstag geflogen Achso, jetzt erst? Ja Heute vor der Woche sind die Schütze schon pro Woche, ja, ja Ich heute Abend geh ich noch mal hin zum Schlafen und morgen geh ich hin zum Schlafen und am Samstag schlafe ich hier Ja Weil ja am Sonntag ist da eine Freizeit und dann noch bis... Freizeit Ja, und dann schlafe ich noch vom 6.1. bis zum 9.1. Also wenn ich von der Vater komme und dann mache ich am 8.2. mache ich Großputz durch bisschen Stopp-Sorgen damit und mache oben in Bad Heizung an Dann fehlen wir den Sonntag in Freizeit Ja, wo geht's, ne? Barbenhosen 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 Das ist in Bayerischen Barbenhosen, gell? Ja Ja Da kommt Fischewolle her Fischewolle her Fischewolle Fischewolle Ja Den habe ich ja Weil du hast Katalog Mumma hat doch auch Fischewolle oder? Mumma hat doch auch irgendeine Wolle Ja, sie hat auch Fischewolle, ja Gehabt Ja, sie hat auch Fischewolle, ja In Richtung, in Richtung Kempten, glaub Oder so Mumma, da haben wir Junghanskuhle gekauft Und Junghanskuhle gekauft Und Junghanskuhle, ja beides Thank you Danke Nice Vielen Dank.